Hallo, ich bin heute für den Deal Hunter in Berlin, um beim Shooting der Lisa Backstage hinter die Kulissen zu schauen. Zwei Mädels, es wird noch nicht verraten wer, haben für 200 Euro bei Ebay eingekauft, um sich glamourös für den Arm stylen zu können. Jetzt schauen wir mal wer. Los geht's! Da sind sie, Leonie und Laura. Erzähl, was war eure Aufgabe? Wir haben nach einem Abendoutfit gesucht, das gleichzeitig schick, aber auch lässig wirken soll. Genau, und ich habe geguckt, ob ich was für eine Veranstaltung finde und wir hatten einen Rahmen von 200 Euro und wir haben es wirklich ganz gut hingekriegt. Und dann schauen wir das mal an. 200 Euro, was gibt's denn? Wunderschöne Kate Schuhe, High Heels natürlich und eine Bikerjacke und dann ganz lässig kombiniert mit einer Jeans. Das ist ein ganz schöner Biker-Mantel sogar. Das finde ich auch super. Ich habe ein schönes Paillettenkleid gefunden mit so einem Blumendruck, dann habe ich super bequeme Enkel-Boots gefunden und worüber mich besonders gefreut hat, ist, ich habe eine Yves Saint Laurent Vintage Settle Bag gefunden, die sind nur 50 Euro gekostet. Also, die sind für alle neidisch. So viele schöne Sachen, die man für 200 Euro bei Ebay kaufen kann. Der nächste Abend-Event kann kommen, oder? Der nächste Abend-Event kann kommen, oder?